Mach das Bausystem wie in The Forest. Würde sehr gut passen. Nö, mach ihn. Das ist zwar ein cooles System, würde aber zu lang dauern zu programmieren und ich will was Neues ausprobieren. Ich hatte die grandiose Idee, dass man alle Baumaterialien nach Belieben platzieren kann. So kann man sich dann quasi alles bauen. Also hab ich es als erstes so programmiert, dass man den Gegenstand rotieren kann, wenn man ihn hält. Das war nur leider kacke zu benutzen. Also wollte ich so eine Rotations-UI machen, wie man sie sonst als Spielentwickler hat. Dafür hab ich so ein paar hässliche Kugeln genommen, daraus Ringe geformt und sie eingefärbt. Programmiert. Verdammt, viel programmiert. Und jetzt funktioniert es so einigermaßen. Fällen wir doch mal ein paar Palmen, um uns nen Shelter zu bauen. Wow. Wie findet ihr dieses System? Soll ich das weiter verbessern?